einen wunderschönen guten tag ich fange jetzt mit world of war kraft ich habe schon mal kurz gespielt aber wirklich sehr gut das ist auch schon länger her in diesem sinne was machen wir dann die menschen kennen nicht alle manche paladin aber mensch kann doch alle ja mensch kann paladin sein dann fast alle nach in ganz fast alles nur umgoldig was ist los Guck aber, knuffig kalt! Guck aber, der guckt richtig spät! Das ist FNAI! Klasse! Wacken, Wacken, die gute! Ich hätte jetzt eher aufs Side von der Heute vermutet. FNAI! Aber gut! Das ist eine Gimmickklasse! Da bin ich jetzt nicht überzeugt davon. Gut! Gib mal weiter weiter! Wacken finde ich cool! Wundtote sehen komisch aus! Tauren! Troll! Oh! Aber Troll kann auch als Getäglas, die alles kann! Ja, ne? Wer kann ein Todesküter machen? Woher ist das, weil bei mir die Klasse gesperrt ist? Das kann halt auch sein! Ja, das ist, weil bei mir die Klasse gesperrt ist, weil ich kein Abo habe. Hallo, äh... Das Ding jetzt einfach mal drauf losdanteln ohne Abo. Mal gucken, wie weit wir kommen. Machen wir noch ein Krieger! Ohne Wipps! Ach Gott, gucken wir doch! Sieht auch nicht schlecht aus. Doch, wie schon... Ne, ne, ne... Die äh, die sehen auch cool aus. Ach, gucken wir, goldig! Ist das goldig! Haha! Panda... Die guckt auch B's! Zwergin... Aha... Macht den so... Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Weh, nein! Guck mal, die kann Paladin! Aha! Weigen... Andaren... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Kung-Fu-Panda? Nee, oder? Kung-Fu-Panda? Aber ich glaube, ich fange wirklich am Anfang immer mit irgendwas drauf. Relativ. Wie ist das? Den Mix haben wir da nur Paladin, aber... Weil ich schon gerne Paladin spiele. Ach gut, der Taure Paladin. Aha. Der Troll geht nicht. Der Elf würde gehen. Toplin? Der Wagen geht nicht als Paladin. Der Nei würde gehen. Aha. Der Knoom. Der Knoom Paladin wäre schon krass. Der Nackt Elf, Zwerg? Ein Zwerg wird als Paladin sein. Ein Mensch als Paladin. Von hier also. Ich hätte gerne auch als Paladin. Ohne Witz. Ich hätte gerne ein Rack als Paladin. Die andere Klasse gefallen, meine Tor. Aber gut, machen wir halt den Mensch. In der Paladin. Gut. Scheiße. So normal. Hier bist du Frauen. Die sind hier alle heftig. Oh, der sieht. Goldblock, oder? Goldblock, oder? Schnellfahrt. Zwerg und der青ion. Keine Feinde. Du bist ein Motorrad angekommen. Waaah! Die Verbrauch? Die Verbrauch? Die Verbrauch? Die Verbrauch ist gut. Die Verbrauch? Gut. Verglücklich. Die sind ja eh nicht. Ach so, das kann man noch ändern. Aha. Na gut. Ja, den kann man laufen. Weil der ist auf alle Fälle optisch besser als der da. Der hat ja komisch ausgesehen. Der da ist ein Admon. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, ob mir das Spiel Spaß macht. Also im Moment wird es nur angespielt. Und dann sehen wir mal, was die Zeit bringt. Ob ich wirklich dabei hängen bleib. Ich hoffe, ob ich es wirklich schnell anspiele. Also ich glaube bis Level 20 kann man ja spielen. Ich werde jetzt auch nicht so ultimativ lang spielen, aber so stünchen müsste gehen, denke ich. Cool! Naoz auf dem Moment... Die d Wir machen hier wieder, wenn der penis da bist. Ich kann mich nicht einfach noch anschauen. das will ich auf das soll super sei es mal gesagt war alle es muss ich noch dazu ich kenne ja viel die das spiel sehr viel spiel dies extrem suchten aber ich will das hier mal ein bisschen geschilder hier alle das nehme ich halt immer so stadtgebiet wo ich muss so schiff an mit rechter maus rekrut trittet vor wir nähern uns der insel die allianz lässt niemanden zurück passt gut wir müssen alle unser bestes geben wenn wir diese mission erfüllen wollen zeigt mir was ihr drauf habt gut nächster seltsam es sollte gar nicht regnen wir finden die expedition bleibt aufmerksam und konnte der gebreite kohl wird euch weiter trainieren ich muss diesen sturm mit dem steuermann besprechen wir haben erfahrung gesammelt aber das ist artig kleder ohne ich bin hier um zu helfen egal wie vernehmen wir kampfhaltung ein und ich überlasse euch den ersten schlag diese ex blau auf nie vor einem gegner davon haltet stand und kämpft bis zum ende wendet euch immer dem gegner zu ich denke ihr seid mehr als bereit für alles was auf dieser insel lauert ich bin die killermaschinen guck ich bin die killermaschinen guckt das macht schon spaß du bist jetzt machen gut ich bin zuerst zwei minuten aber ja gefreiter kohl melde mich zum dienst für die allianz bestimmter inventar schild der rechtschaffenheit endlich mal spiel wo vernünftig erklärt wie man was mal das ist was das richten speist so viele spiele auf dass man erst mal stunde ausprobieren muss wie es geht 1 2 oder auch 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 Was ist das für Inventar? Hautatuch und Frischkeiten. Ne, Inventar ist fast nett. Wo ist mein Inventar hier? Diese Expedition retten wir im Handumdrehen. Ha, 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 ha. Kapitänin, dem Sturm trotzen wir nicht mehr lange. Alle unter Deck, sofort. Cool. Also das ist das auch ein neuer Spiele. Na? Wir haben eine Mission zu erfüllen. Ha, ha, ha. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. Das Spiel ist bis jetzt... Also, wie gesagt, ich... Ich spielte mir auch immer sehr schnell, mein Junge. Also, es gibt Spiele, die habe ich schon noch zwei Minuten ausgemacht, weil sie einfach nur doof waren. Hallo, äh... So. Aber der Ton ist sehr laut. Oh, der Ton ist sehr laut. Also, da muss ich was machen. Ha! Wir sind gestrandet. Gucken wir da, was ist... Was ist das? Ist das geil? Ah! Was ist das? Ne, das wollte ich. Das habe ich gesucht. Was ist das? Stimmt. 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 Ja, genau. Sound. Ja. Lautersteiger. Genau. Ich denke, das ist laut genug. Ja, das langt. Das langt. Das ist besser. So. Shop. Kann man da was kaufen? Empfohlen. Angebot. Aha. Spielaufwertung. Ja, ne, das mache ich jetzt nicht. Also, wie gesagt, das... Ich will ja nur mal hingucken in das Spiel. Also... Weidtiere. Aha. Dampfschubelkugel. Lauftiere. Ah. Strandmog. Spielzeuge. Ja, ja, gut. Ah, das scheint auch ein anderer Spieler zu sein. Was ist das für Änder? Wie sieht der aus? Na? Der ist auch cool. Magier, hm? So was hätte ich so. Aber die Grafik ist so Comicart. Wie gesagt, ich habe ja so Spiele schon ein paar Mal gespielt. Die sind alle sehr realistisch. Also das da ist so ein bisschen Comic. Aber es hat Charme. Es ist schön. Es gefällt mir. ASA. Dann die ist... Treptenkarik. Was ist das eigentlich? Das ist eigentlich... Das ist eigentlich... Das neue Transmog. Aha. Aha. Die Allianz lässt niemanden zurück. All gut. Lasst eure Urlocks sind in großen Mengen gefährlich. Holt unsere Vorräte zurück. Aber bekämpft nicht zu viele davon auf einmal. Aha. Ah. Ah, und Ovi ist eine Minimap. Und die Quest. Ah. Gut, aber dabei habe ich noch gelobt, dass der so super erklärt ist. Also wenn ich das nicht aus anderen Spielen wüsste. Ah. Wo sind die Vorräte, die ich da holen soll? Ah. Woran muss ich die Muelogs erst spielen für die Vorräte? Ja. Ja. Die erste Bühne zu festen. Ja, ich muss die erste Bühne, die Muelogs. Was ist denn das da? Wo ist denn mein Lebensbalge eigentlich? Wo ist denn mein Lebensbalge? Der muss doch... Ach. Irgendwo. Ach. Der Ove. Ja. Gesundheit und Mana. Gut. Wie ist denn eigentlich in dem Spiel? Kann man das Zielungen rückgängig machen? Oder kann man sich hier verfehlen? Ja. Was ist denn das? Wer gibt's da so? Ja. Ihr habt B. Ist B Inventar? Hä? B und C. Aha. Es sieht jetzt aber nicht, ob die besser sind, oder? Rüstung 4, Haltbarkeit 25, Rüstung 5, Haltbarkeit 30. Also wer muss es sich angucken? Apropos. Ich habe jetzt Streitkolben. Also das. Ein gut. Ein gut. Ein gut. Ein gut. Ein gut. Ein gut. Ich verliere mich nicht an. Wo ist denn einer? Es sind überall zwei. Wo ist denn einer? Und der Anerdo, der reagiert gar nicht, wenn ich so ein kleiner Kumpel umschlaue. Ach, und zum Angreifen muss man erst mit rechts drücken und dann mit links. Aha. Ja, dahinter, da sind schon die Erfahrungen, die wissen schon, was sie machen. Die rennen da durch, pop, 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 best erledigt, ne? Und ich, ich stümpel da rum und weiß nicht, was ich machen muss. Ja, ist egal. Das ist prima raus. Speerträger. So, noch eine, dann haben wir es. Dann haben wir das erste, echte Quest erledigt. So, wo gebe ich die Quest jetzt ab? So, irgendwo. Ah, das ist, das war damals noch nicht, wo ich das das letzte Mal gespielt habe, dass da so ein Ausrufezeichen drüber war. Hey, Blutkaos, sag mal, ich gucke mal nennen. Also, das ist ja, also, wie gesagt, ich spiele das hier normal gar nicht. Und... Ich habe auch kein Abo, also, also, ich habe mir das, ich habe das Basisspiel für Webseite. Und ja, jetzt guck ich mal hin. Oh, was ist das? Neue Quiz. Aha. Aha. Komm, jawohl. Ähm. Theoretisch, wie gesagt, das... Ne, das gehört jetzt nicht. Ich muss eh gleich aufhören. Ich hab jetzt eh nicht viel Zeit. Aber das können wir mal machen, wenn du willst mit New World. Das können wir mal machen. Gern. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht einfach aufhören mit im Stream. Also das geht nicht. Aber das mit New World, das können wir gerne mal machen. Also die Idee, wie gesagt, da fange ich dann auf deinem Server rein. Dann streame ich das auch. Das passt. Dabei muss ich sagen, ich glaube, ich muss mal anfangen, weil ich verspreche auch Inselhalle. Ähm. Rappertag verspreche ich schon seit drei Monaten, dass man im World of Warships spielt. Nicht gut, Reutomat. Also Asche auf mein Haupt. Aber ich bin eh nicht lang dort. Das wäre ja. Weil ich muss gleich Buben Kindergarten holen. Und ich kann hier maximal noch... Ja. Keine Ahnung, wie lang. Ja. Na, aber der spielt ja auch Diablo 2 Resurrected. Also ich glaube, der findet es nicht schlimm. Der findet es gar nicht schlimm. Was ist denn das? Verbindet Verletzte und hilft ihnen wieder auf die Beine. So. Was ist das? Björns Kraft Hand mit... Was ist denn das? Björns Kraft Hand. Ja. Jetzt. Öffnet euer Zauberbuch. Und sucht nach Richtwerteil. Oh, das ist eine Attacke. Das weiß ich. Das ist eine Attacke. Das weiß ich. Weil mit der habe ich schon morgen gekämpft. Ich weiß aber nicht, wie stark die ist. Aber gut, das ist jetzt ein bisschen umständlich. Nee, ich mach das. So hier. So. Genau. Oh, der Franchi. Der Franchi. Guck mal, der weiß, was er machen muss. Ah. Fieser Sturm hat wohl auch das erste Schiff getroffen. Aha. Gut. So. Die Fehler. Guck mal, der Franchi da. Wie gesagt, das ist aber gut. Das sind dann routinierte Spielerseile. Die Spätsprofis leveln da rucki zucki hoch. Und ich... Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Die steht direkt nähe. Betraube. Ich bin außer Reichweite. Was für ein unglaublicher Sturm. Aber die sehen schon cool aus. Die sehen schon mal in der Nähe. Und das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Ich hoffe, dass es keine Abbrüche gibt. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Ich kann ja nur noch eine halbe Stunde. Hallo. Aber das macht nichts. Ich kann ja nur noch eine halbe Stunde. Hallo. Das macht nichts. Es wurde auch eine Fehler. Ja, Fehler. Keine Angst, wir finden die Expedition. Aha. Ah, das ist die Kapitänin. So kommt es. Lasst euren Posten niemals außer Acht. Ihr drei, durchkämmt die Insel nach Zeichen der Expedition. Ihr und ich bilden die Vorhut. Aha. 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 Cool, die Figuren da. Aha. Oh ja. Aha. 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 stimmig sei und ich finde das hier angenehm alle aufmerksam und konzentrieren die wusste ihr würdet kommen natürlich er ist mein sohn ich muss jetzt erst mal was bringen was der krumm rei kalt das geht er über das gehirn weg das friert er über das gehirn in oh guck mal ich bin schon level 3 gut was ist denn hier ist max level eigentlich ich glaube wo ich das gespielt hat war 60 60 max level aber meines wissens ist das mittlerweile mehrfach gesteigert so damit fleisch von bild tieren also doch toll wenn der doch alles abgast wieder ich gar nichts Super! Daffelschwein So greifst du jetzt nicht an? Ha! Zack! Jawoll! Großfleisch! Aha! So! Gut, wo ist noch was? Ach, das ist wie gesagt, wenn die da alles abfarmen... Ich kriege da gar nichts! Oder ist was? Ich bin außer Reichweite! Jojojo! Jetzt machen wir nicht auf die Dicke hier! Hopp! So, Stachelschwein! Mal gucken! Okay! Ich kann dieses Ziel nicht... So! Großfleisch! So! 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 Wir haben eine Mission zu erfüllen. Wir finden die Expedition. Wir haben eine Mission. Platz ist fast vor heiliger Kraft. Bitte Arbeit. Ein erfahrener Paladin baut schnell heilige Kraft auf und fügt sein Gegult. Setzt Kreuzfahrerstoß weiter ein, um heilige Kraft aufzubauen. Die Allianz lässt niemanden zurück. Wir haben eine Mission. Ihr habt genügend heilige Kraft, um Schilde rechtschaffen in der Null. Ihr habt keine heilige Kraft mehr. Allmählich habt ihr es raus. Setzt Kreuzfahrerstoß weiter ein, um heilige Kraft zu sammeln. Benötigt ihr irgendwas? Vielleicht einen riesigen Hammer in die Visage? Ich kann mich noch an meine Rekrutenzeit erinnern. Ich war genau wie ihr. Und dann wurde ich erwartet. Ihr habt genügend heilige Kraft. Ihr seid bereit für die Stachel, Eber. Hoffentlich kommen wir rechtzeitig, um alle zu retten. Öffnet euer Zauberbuch und sucht nach Lichtflip. Oh, was ist das? Lichtflip. Manna um 41 schnell. Oh, das ist klasse. Das ist heilig. Heile ist immer gut. Heile ist immer gut. Aha. Boah, weil da sind hinten nur 20 so Skills. Also das ist was, was ich nicht so mag. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Echt? Was? Kein Ziel? Und das was ist Stockfleisch. Ah, da kann ich mich heilen damit. Aha. Und jetzt mal Questikum. Reize Abgabe. Ah, da steht sie, die Alaria. Da steht sie. Die Alianz lässt niemanden zurück. Lasst euren Posten niemals außer Acht. Aha. Es tut gut, euch zu sehen. Wir ziehen nach Norden und treffen uns mit den anderen. Alaria, ruht euch aus, bevor ihr weitermacht. Ich habe noch nie ein Mitglied der Alianz aufgegeben. Ich werde nicht bei meinem Sohn anfangen. Und das ist was, was ich gerade bei modernen Spielen. Man sieht, wie weit es noch ist. Also, das war immer so nervig, wenn man immer spielt, dann wirklich in der Luft hängt und dann Kilometer weit laufen muss. Aber auch nicht weiß, wo es ist oder wie es ist. Hier drüben. Die Stachel-Eber führen eine Art Ritual durch. Mal lieber. Hufrausel hier. Was ist denn das? Ah, das ist nur The Wagon. Ja. Was kann ich für euch tun? Das ist The Wagon. Die Jagd geht weiter. Ein Mitglied. Es wird mehr reich. Ich weiß es an. Kopf hoch. Auf geht's. Diese Expedition zählt auf uns. Henry, hab ihn nicht gesehen. Er ist aber sicher noch am Leben. Ich weiß. Ich hab ihn erzogen, jede Herausforderung zu bestehen. Was kann ich für euch tun? Ich hab ihn nicht gesehen. Zübel starren immer und der Georg. dije einfach. War wie er heißt. Irgendwann. ich habe es ist zu weit wenn ich nicht lieber sache was abgeht und überhaupt ich kann dieses angreifen so mein leben ist jetzt ist die runde geknüppelt werdet zeuge unserer Komm schon! oh Ah, da sind die Info-Dinge. So ist der Shop. Aha. Die besser. Rüstung 6. Rüstung 8. Ja, die ist besser. Gut. Sieht man das auch, wenn der eine Richtung hat. Sieht man sogar nicht. Okay. Ruhig er auf, so wie er tötet gar gegen Shop. Shop, so wie er her ist. Aha. So, du kommst nicht weg, aber wie er her ist. Ja, da hinten ist er, du kommst nicht weg. Ach. Eingränglinge. Ihr seid unsere letzte Opfer. ich wusste dass die allianz und treffen würde was war das so schatz kann das sein aber wenn du eine elite da würde ich auch gerne mal umhauen ja du schlub neues opfer ich hab das scheint Ach, guck mal, der lebt schon, der ist relativ schnell geriest worden. Ah, da ist die Triste! Aha! Blutsplitter, was machen die? Eindränglinge, ihr seid unsere nächsten Opfer. Oh. Kapitänin Garrick, Henrys Mutter. Er hat immer gesagt, ihr würdet kommen. Da hatte er wohl recht. Also, wo ist der Rest der Expedition? Ich bin nicht sicher, aber wir können es herausfinden. Wir haben meine Aufmerksamkeit. Mögt ihr immer treffen. Hit. Mach's mal. Ach, ich sch��요! Mach's mal. Mach's mal. Mach's mal. aber ich schreibe ich glaube aber viele wo ich kennen spielen das blick gut dann war das jetzt umsonst aber ich finde es gar nicht immer umsonst ich muss jetzt leider aber wie gesagt dann fangen wir einfach neu an alle das war jetzt nicht schlimm finde ich das hat mir wirklich spaß gemacht wie gesagt das war jetzt relativ spontan stream der war nicht sonderlich lang kann ich stehe das aber wie gesagt gucke mal dass ich hier mal länger ist drin in diesem sinne sag ich danke nasa viewer danke auch audizia blutkaos wie gesagt alles klar wir sind ja freunde danke einfach uwe 240 danke eiswissert danke kack 706 danke ladybook x3 danke lanarei nansch ich komme gleich runter zu gut so in diesem sinne bedanke ich mich für die aufmerksamkeit und wie gesagt denn nicht fangen wir auf black moore charakter auch in diesem sinne servus